Wenn es wiederkommt, wird der gedrückte Palm vom Jahr vorher auf eine Teller geblieben und dann wird der verbrannt. Dann wird ja eine Kerze angemacht und dann wird der Palm verbrannt, aber dann wird auch gebetet. Bewahre uns vor Gewitter und Unwetter. Dann wird der Rosenkranz gebetet. Das war immer. Ja, ich habe ja noch Palm, wo ich dann vom vergangenen Jahr, da muss ich immer noch aufbewahren, wenn es irgendjetzt ist, dass ich dann immer noch aufbrennen kann. Das sind so Sachen, die hätten wir einfach in sich drin, die blieben noch. Wir hatten zum Beispiel Bratengroß immer Kerze, wo es gehe, weil er möcht jedes Jahr. Und wenn er die dürfte, die hat furchtbare Angst vor dem Gewitter, dann macht die gesendete Kerze an und es wurde immer im Offeriet-Palm verbrannt.